recht herzlich willkommen zur folge nummer 80 von starvector ja mit dem mod ironclads sind wir drinnen und wir sind auf dem weg zum sprung tour um dann zu unserer eigenen fabrik zu fahren und da liefern wir ja die mineralien ab so dann immer schon im hyperspace müssen wir dahin das war doch da oder und eben hoffen ein bisschen schneller das ganze und dass wir da auch hinkommen passend und da ist ein pirat aber der sollte uns jetzt nicht bedrängen wollen weil wir zu viele schiffe haben und da oben ist unsere station fliegen wir dahin und schauen wir dann mal nach dem rechten oder wo da ist er und wir haben wieder was produziert stand da gerade noch ne 30 prozent gut da einmal rein und dann liefern wir das ab dann müssen wir schon im zweiten machen tja low tech komponents werden hier produziert sollten wir da noch erst was anders machen nein oder nein das nehmen wir alles mit immer hier gelassen um was zu bauen da kann das sein da wird schon passend sein das sieht alles soweit gut aus machen erstmal konfirm leisen 92 61 hier so ein bisschen was noch ansparen 15 tun wir noch rüber und da sieben konfirm dann haben wir ja was liegen ne so mehr ist nicht und dann ja hier ist ja nix lead ist auch klar charakter hat sich nichts getan da waren wir drinnen dann war es das eigentlich schon hier oder oder 50 bis jetzt kommt man das jetzt oder nicht kommt drauf an was sie für rohstoffe da haben oder haben wir noch ein schiff liegen ja was sind das für eins ach so da müssen wir da gucken ne dafür brauchen wir zwei crew member die wir dann nicht mit haben deswegen müssen wir uns hier liegen lassen da müssen wir mal ne warte wir haben doch klar klar war müsste doch gehen oder wir müssten genug personal haben wir hatten ja 50 letzt mal gekauft genau so ist es gut okay das ist ja auch prima die haben noch gut raus hier und lief dann gucken wir mal gerade noch mal was ist denn hier eigentlich im system das ist trading station fliegen wir doch mal einmal gerade hin oder gucken wir was die da haben bei low tech komponente immer gerade produziert das trading station sagt sie verkaufen low tech komponente für 59 credits und die kaufen industrial equipment und live special offer sind was mineral scanner das ticket das brauchen wir das nicht das sind unsere wir wollen wir nicht wollen aber wenn welche kaufen und da ist auch nichts besonderes bei ich bin jetzt echt am überlegen dass wir mal woanders hinfliegen in der hoffnung dass wir irgendwo mal was finden was für uns interessant ist nämlich mal was kämpferisches gut ab zum sprungloch ein bisschen schneller speeding up time wird man kommt da kommt es oder jump to hyperspace und das waren piraten alles glaube da waren wir schon wenn wir irgendwo hin wollen dann nach serp 1 molot komm das machen wir mal obwohl schaffen wir das vom treibstoff her gute frage ne ach bestimmt wir sind im hyperspace ja klappt ok oder jump to the jump point automated supply depot ach so wir sind ziemlich raus gesund wir sind ganz rein gesucht glaubt schon da ist eine station irgendwo da fliegen wir erst zu den astroiden hin müsste ja eine station sein oder ja gucken wir da mal rein und hier sind noch mehr transporter fighter wings haben wir auch noch für 1800 haben wir gar nicht doch da sind welche interceptor wings ich glaube die kaufen wir noch dazu die ok ja ja da brauche ich eins mit dockyard oder was haben wir mit flight decks super aber die nehme ich trotzdem mit auch noch die zweiten immer schön so kleine schifflein zu haben ok haben wir noch genug leute dafür sieht wohl so aus 120 107 brauchen wir nur ok passt also ne da wollte ich gar nicht hin da war ich schon korrekt hat sich auch nichts geändert da gibt es hier noch was ach so hier brauchen wir noch auf jeden fall und sprit natürlich auch zup und firm nehmen wir noch ein paar greens mit ne sollen nicht schaden oder das trailer 6 afm oder afm er oder anti fighter missiles ne afm hört sich gar nicht schlecht an aber nur vier stück sind dabei dann ok ja gehen wir raus special offers gibt es da was besonderes nein leave uh-huh uh-huh mhm was haben wir denn jetzt für ein problem ach wir können wahrscheinlich nur 107 leute mitnehmen mal ne da steht ja noch mehr mal zu viel sprit mit aus das könnte vielleicht sein naja spielt keine rolle auf zum sprungtor und weiter kommen sind wir drinnen hyperspace so neitere ziele schön dass die karte irgendwo ist wo wir gar nicht sind stalle war oder bahnarzt da kommen wir fliegen erst mal nach bahnarzt da ist eine große piratenflotte vielleicht doch nicht ne gehen wir nach stelle war industrielle equipment hergestellt ok das wäre auch nicht schlecht da ein sprungtor rein und dann gucken was es hier gibt ich glaube da ist eine orbital factory was ist das? automatic storage facility ja dann können wir nur da mal gerade hinfliegen und gucken was es da gibt so gucken wir mal rein ja alles frachter nichts interessantes für uns irgendwas gibt es zu kaufen ein paar waffen ne aber auch nicht wirklich was positives können wir low tech komponents kaufen kaufen ja das bringt uns nichts nochmal zum kaufen das war das falsche kaufen das ist das richtige weil wir brauchen hier noch ein bisschen nachschub gut gehen wir uns das mal an hier gut und wieder da hin gut 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 hier wäre ein orbital factory bringt uns nix m und n military outpost und m ist mining facility hier gibt es ein air research lab vielleicht sollten wir da mein aber den großen bogen mit dem großen bogen ja denke ich mal da rein will ich aber ich bin ja schon drinnen da wollen wir jetzt hin ja gut uomo star system ist das gucken wir da mal rein gut dahin oder jump to the jump point so dann müssen wir gucken wo ist das system da ist das system wir sind da sind wir da und da station racks das würde bedeuten das könnte man auch kaufen und handelsposten ist da oben security station und orbital factory ja okay dann würde ich sagen erst mal dahin aber bevor das machen denke ich mal speichern wir ab ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss